mein freunde und herzlich willkommen zu meinem channel und herzlich willkommen zum nächsten lost place im weitesten sinne hier haben wir einen sehr kleinen friedhof klein und der ist auch öffentlich ich würde sagen bleibt dran so dann gucken wir uns mal um hier haben wir nämlich gleich am eingegang schon und die leute gefallen sind in den krieg im ersten krieg belegschaft das ist gut zugewohrt aber ich glaube das ist so die tür ist im übrigen offen das heißt man kann rein ohne reue man kann es einfach genießen haben wir hier noch gut hier ist namen mit dabei das wollen wir nicht also hier durchaus ganz normale leute bestandet worden ist halt ziemlich klein na dieser friedhof eine schöne bank muss ich auch mal so ein bisschen hinsetzen mag das ist halt ein lost place der anderen art würde ich sagen aber ich finde es durchaus kugel zu gedenken unserer toten oktober 91 naja gut ja hier ist durchaus noch eine gießkanne am start damit man auch noch ein bisschen die gräber pflegen kann finde ich cool ich finde das sehr schön ja ein friedhof muss kann ja kann ja muss ja nicht immer nur ein deprimierender ort sein und friedhof der kann ja auch mal durchaus zum hier zum abhängen irgendwie so wie hier eine kleine kapelle die wahrscheinlich zu ist da wollen wir jetzt auch nicht reingehen das machen wir nicht gucken wir uns die gräber noch ein bisschen an hier das ist natürlich super das ist wunderschön das ist ja mal wunderschön hier liegt wieder einmal privates da wollen wir nicht stören gefallen 1910 hier guckt euch das an das ist also ich finde es eigentlich wunderschön ja sehr schön gemacht hier mit dem baum davor also auch wieder jemand das müssen bedeutende leute gewesen sein die wieder mit namen 26 45 erst gestorben und hier geht es wieder raus aber vorher ist noch eine schöne bank die zum sitzen einlädt so ein bisschen und sogar noch zwei gräber auch wieder mit namen und hier mein grab was ein bisschen verwildert ist ja ich würde sagen die tür ist offen also lassen wir sie auch offen natürlich ist klar hunde dürfen hier nicht und es gibt kein winterdienst ja leute ich würde sagen das war es wieder für heute ein kurzer loss place aber ein schöner loss place also lassen sein site da lassen abo da und gute fatigungs und mädels